Moin Leute, heute nochmal ein Video mit sehr tiefen Insights in den Kanal. Und zwar wird es um Geld gehen, darum wie Kanäle überhaupt ihr Geld verdienen und wie viel Einfluss das eigentlich auf die Videos haben kann. Ich habe hier tatsächlich ein sehr krasses Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung. Es wird um YouTube-Werbung gehen, um Ehrlichkeit, Integrität, aber auch um Erschöpfung und darum, ob und wie dieser Kanal in Zukunft überhaupt noch bestehen kann. Und darum, wie ich es eigentlich auch mit meinem Vollzeitjob als Wissenschaftler alles schaffe. Das ist heute wirklich ein schweres Thema. Legen wir los. Wie so oft im Leben geht es natürlich auch um Geld. Wie finanziert sich eigentlich so ein Kanal wie der Meine und was für Ausgaben gibt es eigentlich? Und wie unterscheidet sich ein Kanal wie der Meine von professionellen Kanälen, wo halt irgendein Unternehmen dahinter steht? Fangen wir mal damit an, welche Geldquellen so ein Kanal eigentlich anzapfen kann und wie viel welche Einnahmequelle ausmacht. Und für die meisten YouTuber gibt es so in der Regel vier Einnahmequellen. Das erste Ding sind Product Placements. Das ist tatsächlich, was ich nicht mache, aber dazu kommt gleich noch mehr. Das sind also Werbung für Produkte innerhalb meiner Videos zum Beispiel. Also bei mir beispielsweise eine Power Station oder Wechselrichter oder sowas oder Miet-PV-Anbieter oder irgend so ein Kram. Und das ist super lukrativ. Das lohnt sich halt richtig. Mache ich tatsächlich nicht. Warum, erkläre ich gleich. Das zweite ist YouTube-Werbung. Also die Werbeclips am Anfang, in der Mitte oder am Ende eines Videos. So ganz hat man da nicht immer Einfluss drauf. Aber genau. Das dritte sind dann Affiliate-Links. Das heißt irgendwie so Links in der Beschreibung, wo ihr dann draufklickt. Zum Beispiel Amazon und dann kriegt man ein paar Prozente ab oder sowas. Bei mir zum Beispiel sind die auch immer als solche markiert. Und ich habe auch immer da drunter nochmal den Nicht-Affiliate-Link. Also dann könnt ihr halt entscheiden, ob ihr das möchtet oder nicht. Und das vierte ist dann quasi die Community. Also wenn einer von euch zum Beispiel mir ein paar Euro auf PayPal oder aufs Geschäftskonto schickt und damit uns direkt supportet. Es gibt noch eine kleine Ausnahme, die würde ich heute mal rauslassen. Zum Beispiel einige Leute vermarkten ihre eigenen Produkte oder vermarkten ihr eigenes Business. Wie zum Beispiel irgendwelche Energieberater oder Autovermietungen oder so. Die machen dann coole Videos, haben damit aber ihr eigenes Business halt auch promotet, um Kunden zu bekommen. Sowas lasse ich mal komplett raus, weil das passt jetzt nicht so wirklich in das Schema rein. Zurück zu den vier Einnahmequellen. Die unterscheiden sich darin, wie viel sie einbringen, aber auch darin, wie viel Einfluss auf die Videos beziehungsweise auf die Inhalte genommen werden. Und natürlich, das ist so, es können halt Abhängigkeiten entstehen, die die Inhalte indirekt beeinflussen. Aber wie gesagt, ich werde euch gleich nochmal ein sehr, sehr krasses Beispiel dazu geben, was ich selbst erlebt habe. So, also hier seht ihr jetzt diese Grafik. Und die bezieht sich jetzt zu 100% auf meinen Kanal. Ihr seht rechts die Einnahmen in Prozent und davor die Spalte beschreibt den Einfluss auf die Inhalte meines Kanals. Das kann ich natürlich nicht wirklich quantifizieren, aber ich glaube, für mich kann ich es schon ungefähr einschätzen. Rot bedeutet, der Einfluss wäre sehr groß und grün bedeutet sehr wenig. Ich erkläre aber gleich nochmal genau, warum. Fangen wir mit den Einnahmen an. Also der absolute Großteil sind für mich zum Beispiel die Einnahmen aus der YouTube-Werbung. Danach kommen dann Affiliate-Links und auch die Community, die sind ungefähr gleich von den Einnahmen. Das ist verhältnismäßig aber sehr, sehr wenig. Also da kommt bei mir wirklich wenig rum und es ist trotzdem wichtig, weil ich da schon echt am Limit kratze. Aber okay. Zum Punkt Einflussnahme, wie gesagt, komme ich gleich noch. So, und jetzt die Frage, was soll eigentlich diese leere Zeile dort? Und was unterscheidet denn jetzt eigentlich einen Kanal wie meinen von einem professionell geführten? Das ist jetzt der nächste Punkt. Und zwar seht ihr hier die sogenannten Product Placements. Also wenn ich zum Beispiel bei mir Produkte von einer Firma bewerben würde, beispielsweise einen Powerstation-Hersteller, Wechselrichter-Hersteller, also ich würde das Ding dann irgendwie zeigen und sagen, das ist super geil, müsst ihr kaufen. Das würde bei mir die perfekte Zielgruppe treffen, also euch, weil ihr seid potenzielle Käufer und das würde natürlich mega lohnen, also würde sich mega lohnen für die Firma. Und schauen wir einfach mal, wie die Einnahmenverteilung bei mir aussehen würde, wenn ich Product Placements annehmen würde, so wie es viele Professionelle halt tun. Also das wären fast 60 Prozent, würden nur daher kommen. Und ich mache das halt nicht. Und wie gesagt, ich erkläre jetzt gleich, warum. Woher weiß ich aber eigentlich, wie viel ich bekommen würde? Ich mache es ja nicht, also woher weiß ich das? Ich bekomme ständig solche E-Mails hier. Und da seht ihr zum Beispiel, es ist einmal 6.000 Euro wurden mir angeboten für eine Aktion. Und so etwas kommt wirklich mehrmals täglich rein. Das sind oft auch Zwischenorganisationen, die dann quasi dann irgendwie den Hersteller direkt irgendwie vermitteln. Oder manchmal ist es auch der Hersteller sofort. Das ist irgendwie je nachdem. Ich habe sowas tatsächlich noch nie angenommen und bin auch ganz ehrlich, die Verlockung ist groß, denn ich könnte mittlerweile damit ziemlich wohlhabend sein. Also ihr seht, das ist schon eine krasse Einnahmequelle. Gut, ich mache es halt wie gesagt nicht und für mich ist es auch nicht so schlimm, da ich schon klarkomme und auch nicht das Lebensstil habe, irgendwie maximal viel Geld zu sammeln. Aber im Vergleich zu professionellen Kanälen fehlen mir einfach grob 60% der Einnahmen, mit denen professionelle Kanäle zum Beispiel ihr Team finanzieren. Ich bin ja hier fast eine One-Man-Show, aber dazu gleich noch mehr. Wie sieht es denn jetzt mit den Ausgaben aus? Das ist halt auch verdammt viel. Zum Beispiel unser Forum kostet Geld. Der Server kostet Geld. Und nein, hier reicht kein 2,50 Euro pro Monat. Bau dir deinen Webspace zusammen. Wir haben schon echt krasse Aufrufe und Dinge wie das PV-Tool, unsere Akku-KI und das alles ist werbefrei und das braucht halt auch ein bisschen Rechenpower. Und keine Ahnung, wir haben nichts, keine Werbung, kein Tracking, nichts da drin. Also es ist halt komplett, wir nehmen damit gar nichts ein mit der Webseite. Und ich meine, schaut euch mal andere Foren im Vergleich an. Die sehen teilweise aus wie wandelnde Litfaßsäulen und die brauchen das auch, sonst können die sich gar nicht finanzieren. Videos in der Qualität kann ich auch selber nicht mehr einfach neben der Arbeit produzieren, also schneiden. Ich arbeite also schon länger mit einem Cutter zusammen, der die Videos für mich schneidet und das auch echt toll macht. Und natürlich kann der auch nicht für lau arbeiten. Der hat auch eine Familie und muss leben. Dazu kommen Software, elektrische Bauteile, Steuerberater, Berufshafpflicht, denn es ist ja ein scheiß Gewerbe. Da läppert sich einfach eine ganze Menge zusammen. Und auch die Petition hat mich viel Geld gekostet. Das wissen die meisten ja auch nicht. Ich muss für sowas halt unbezahlten Urlaub nehmen. Das heißt, mein Hauptjob, da kriege ich dann einfach in den paar Tagen kein Geld. Also ich verliere halt privat sogar ziemlich viel Geld. Die Reisekosten bekam ich auch nur zum Teil erstattet. Und bei unserem zweiten Berlin-Besuch im BMWK musste ich alles selber tragen. Wobei es hier das Angebot da war, dass wir es online machen. Das muss man dazu sagen, fand ich jetzt selber nicht richtig. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Ich wollte halt dann vor Ort sein, weil ich es einfach höflich und richtig fand. Auch so, wenn ich zum Beispiel Dinge wie Powerstations teste, verschenke ich die ja danach. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel, da habe ich es an einen Krisenhelfer verschenkt, der wirklich als Arzt in die krassesten Gebiete reist und sein Leben riskiert, wofür er das Bundesverdienstkreuz auch erhalten hat, auch völlig zu Recht. Und für diese Aktion wurde ich von vielen sogar beschimpft und musste mir unter dem Post auch noch Folgendes schreiben. Ja, klar gab es mehr Lob und Anerkennung, aber ich musste halt diese Scheiße mit Heil irgendwas und den wildesten Beschuldigungen, das muss ich auch erstmal alles lesen. Ja, und das macht schon was mit dir im Kopf. Das ist schon nicht so geil. Also macht nicht so einen Spaß. Naja, aber das Allerwichtigste, ich kann keine Leute anstellen, die mir helfen und das ist der größte Unterschied, glaube ich, zu einem großen Kanal der Produktplatzierung macht. Und das macht mich langsam aber sicher einfach kaputt. Denn wie gesagt, ich habe noch einen Vollzeitjob und zwei Kids. Ich will jetzt finanziell gesehen privat gar nicht jammern, denn hey, ich bin promoviert und ich habe was drauf und ich weiß das auch. Also ich komme schon klar und nage jetzt auch nicht am Hungertuch, bitte nicht falsch verstehen, alles okay. Aber beim Kanal sieht es halt total anders aus. Ich kann halt zum einen niemanden einstellen und ich kann aber auch zum anderen nicht davon leben. Und das macht es halt so verdammt schwer. Das ist halt echt ein bisschen scheiße. Okay, Abhängigkeit. Kommen wir nochmal auf den Punkt mit der Einflussnahme, den ich gezeigt habe. Hier seht ihr das nochmal. Und zumindest in meinem Fall wäre das bei Produktplatzierung fatal. Und deswegen auch hier als rot dargestellt. Ja, aber fangen wir erstmal mit den anderen Punkten an. Ich erkläre euch gleich ganz genau, warum. Die YouTube-Werbung ist für mich relativ unproblematisch, denn davon bekomme ich gar nichts mit. Ich habe ehrlich gesagt nicht mal Ahnung, wer da bei mir wirbt. Das macht YouTube automatisch irgendwie damit verdienen die ja ihr Geld. Das weiß ich tatsächlich gar nicht so richtig. Affiliate-Links sind immer so ein bisschen schwierig, denn ich versuche hier möglichst keine zu verwenden, die in dem Video vorkommen oder irgendwie eine Abhängigkeit erzeugen. Wenn mal etwas ist, was auch im Video vorkommt, dann versuche ich meistens noch die Konkurrenz mit dazu zu packen und stelle auch immer Affiliate und nicht Affiliate-Links zur Wahl. Also dann könnt ihr frei entscheiden, ob ihr das möchtet oder nicht. Es klicken aber sowieso kaum Leute drauf, deswegen ist es eigentlich auch fast scheißegal. Okay, der letzte Punkt. Finanzieller Support von der Community. Das ist eigentlich das Beste, denn hier gibt es gar keine Abhängigkeiten. Also naja, es gibt eine Abhängigkeit zur Community, aber das ist eine gute und wünschenswerte Abhängigkeit, würde ich mal sagen, denn die möchte ich ja auch und ich frage euch sowieso ständig nach eurer Meinung und von daher sehe ich da nicht so ein Problem. Okay, und jetzt zurück zu den Produktplatzierungen. Ein Beispiel aus meinem Kanal und das fand ich persönlich ziemlich krass. Meine LFP-Akkus habe ich damals in China bei Alibaba bestellt und ich fand den Shop eigentlich auch ziemlich gut. Und das habe ich auch gesagt, aber kein Geld oder sonst irgendwas von denen genommen. Also ich habe die wirklich ganz normal als Kunde dort gekauft. Dann irgendwann erreichten mich Nachrichten von euch, dass es extrem vielen Alibaba-Händlern, also an sich mit anderen auch noch, echte Probleme gibt und ich meine wirklich echte Probleme und auch mit den oben Erwähnten halt, also mit denen, wo ich auch gekauft habe. Und daraufhin startete ich im Forum einen Post und habe gefragt, Leute, wie sieht es aus, ist es wirklich so schlimm? Und da kamen Antworten von euch jede Menge. Es ist auch ein Post, der irgendwie mittlerweile über 100.000 Aufrufe hat und die waren leider nicht ermutigend. Es gab viele Probleme mit diversen Alibaba-Shops und die Vorwürfe habe ich auch dem Shop, wo ich gekauft habe, weitergeleitet, aber eine richtige Reaktion kam leider nicht. Also nur beschwichtigende Worte, aber es ist nichts passiert. Die Leute dieses Shops wollten aber trotzdem unbedingt, dass ich für sie werbe, weil das offensichtlich unfassbar lukrativ für die ist. Da ich kein Geld oder sonst was angenommen habe, versuchen die aber was anderes, um mich zu locken und sie schicken mir, und das ist jetzt wirklich kein Scheiß, ohne ein Wort zu sagen, in 11 Kilowattstunden Akku zu und zwar per Spedition. Ich wusste rein gar nichts davon und ich habe echt dumm geschaut, als dieser Brocken nämlich vor unserer Haustür stand, wenn das Teil ist echt groß. Das ist nicht klein, sonst würden die es nicht mit einer Spedition schicken. Aufgrund der ganzen Vorwürfe habe ich jetzt wirklich jeden Test und auch jedes Video darüber verweigert und ich habe auch alle Links von denen entfernt unter meinen Videos und so weiter, einfach aufgrund eurer schlechten Erfahrungen. Es steht natürlich noch das Video zu den ganzen Problemen mit den Alibaba-Shops an sich aus, das wird auch bald kommen, jetzt mal unabhängig davon. Stellt euch jetzt mal vor, meine Einnahmen wären zu 60% von denen abhängig und es hinge noch ein Team mit Personal dran. Ich denke, mein Punkt ist klar, oder? Zeit, Risiko und Stress. Was viele nicht wissen, ich bin ja hauptberuflich eigentlich Wissenschaftler und der so YouTube-Kanal, das ist eigentlich nur nebenberuflich und ich habe auch noch zwei kleine Kids. Um so ein Video zu machen, ist halt echt schwer und dauert sehr lange und es ist verdammt viel Arbeit, zumindest wenn man es ordentlich machen will und das ist auch schon mein Anspruch. Also ich will schon irgendwie auch eine gewisse Wissenschaftlichkeit hier reinbringen und euch sachliche und ordentliche Informationen bringen. Zudem auch solche Dinge wie zum Beispiel den Relais-Skandal mit den Mikrowechselrichtern, deren Aufdeckung mein Kanal ja auch mit beteiligt war und hier sicherlich für die größte Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und die betroffene Firma war halt ein 9 Milliarden Dollar schweres Unternehmen und der Aktienkurs ist nach der Aktion um fast 50% eingebrochen. Warum erzähle ich das? Nicht, weil ich es geil finde, ganz im Gegenteil. Mir hat es echt Angst gemacht, weil ich meine, das ist halt kein Kindergarten mehr. Ja, hier hat wirklich so ein Video auch echte Konsequenzen und zieht oftmals viel, viel mehr hinter sich her, als einem das lieb ist. Und das ist für mich natürlich auch irgendwo ein Risiko. Ich weiß ja nicht, wie die reagieren und so weiter. Woher soll ich das wissen? Auch für meine Familie und es ist natürlich auch ein großer Stress, den man aushalten muss, weil es ja in einer gewissen Zeit einfach nicht, was passiert. Das ist nicht so geil. Auch die Petitionen für die Vereinfachung von Balkonsolaranlagen und auch jetzt eure 200 Vorschläge, die wir ins BMWK geschickt haben. Und dazu kommt auch bald was. Wir haben schon Feedback bekommen. Also Kanal abonnieren, damit ihr das nicht vergesst. Also es ist wirklich ziemlich cool. Und sowas ist ja mega wertvoll. Und man denkt natürlich darüber nach, bereitet sich vor und ich muss da jetzt trotzdem jeden Tag acht Stunden arbeiten gehen. Und das ist schon ein echtes Brett, einfach auch im Kopf tatsächlich. Und ich bin einfach am Ende meiner Kraft. Ja, warum tust du das? Bist du doof? Ich habe tatsächlich schon mal gestellt bekommen, die Frage. Und ich habe es auch jetzt nicht als Beleidigung empfunden. Ich habe mir schon gedacht, ein bisschen doof bist du vielleicht schon. Nein, es sind eigentlich drei Gründe. Und das Erste ist irgendwie die Community. Also wir sind eine tolle und starke Maker-Community. Und ich mag euch einfach. Also mir macht das einfach Bock mit euch. Und ich habe bisher hauptsächlich coole Erfahrungen gemacht. Das muss man dazu sagen. Ich hebe auch oft die negativen Sachen hoch. Aber es sind grundsätzlich immer super positive Sachen hier. Also wirklich ganz, ganz tolle Community. Und das Zweite ist, wir bewirken etwas. Ich kann eure Wünsche mittlerweile zumindest teilweise wirklich direkt an die Politik weiterleiten. Das heißt wirklich vom Bürger sofort nach da oben. Und das finde ich schon ziemlich cool. Wir haben uns wirklich Gehör verschaffen. Wie gesagt, ich hatte es eben schon erzählt. Wir haben jetzt gerade 200 E-Mails bekommen. Und davon waren es 160 ungefähr brauchbar. Das heißt, diese extrem tollen Vorschläge und wirklich gute Vorschläge haben wir ans Wirtschaftsministerium weitergeleitet. Und wurden auch wieder eingeladen. Ich werde es euch aber auch bald wieder erzählen. Also wie gesagt, nicht vergesst den Kanal zu abonnieren, damit er hier am Ball bleibt. Besonders wenn ihr vielleicht auch einen Vorschlag gemacht habt. Also dieser Kanal stellt momentan einfach eine echte Verbindung zwischen euch und der Politik dar. Und sowas ist natürlich was ganz Besonderes. Und laut dem BMWK ist so eine direkte Verbindung zwischen Politik und Bürger relativ selten und besonders wertvoll. Das ist ja schon auch ein großes Lob. Der letzte Punkt, klar, Spaß. Also ich mache es auch einfach gerne. Und ich habe auch total Bock auf das Gebastel, Programmieren und so weiter. Das ist halt einfach voll mein Ding. Und ich zeige es auch einfach gerne. Und würde ich sowieso machen. Also auch ohne, dass ich es jetzt zeigen würde. Deswegen, das ist schon okay. Also das macht mir einfach Spaß. Ja, wie geht es weiter? Ich versuche mir jetzt gerade ein Team aufzubauen. Und versuche damit irgendwie die Kurve zu kratzen. Und dazu spreche ich momentan mit einer möglichen Kandidatin. Die dann erstmal freiberuflich beim Recherchieren hilft. Und die dann auf Dauer hoffentlich fest bei mir arbeiten würde. Das wäre wirklich toll. Denn dann wäre wieder mehr Recherche im Bereich Science, Energietechnik, Strommarkt und so weiter. Und zwar wirklich unabhängig von grüner oder fossiler Bubble. Also wirklich echte Wissenschaft. Denn das ist hier mein Anspruch. Ganz klar. Das würde mich zum einen nicht nur extrem entlasten, sondern auch noch die Themen einmal erweitern. Das fehlt mir total im Moment auch so diese Wissenschaftlichkeit wieder stärker reinzubringen. Meine Frau hilft mir tatsächlich auch mittlerweile mit und recherchiert auch schon das ein oder andere Video. Sie ist ja Journalistin und arbeitet auch im PV-Bereich. Also auch ziemlich cool. Das passt so wirklich super. Aber sie soll natürlich und darf auch nicht umsonst arbeiten. Also auch sowas sollte ja nicht normal sein irgendwie. Und daher direkt die Frage, wie soll ich das bezahlen? Nein, das ist jetzt ein Versuch. Ich werde versuchen halt, wie es zum Beispiel bei anderen Kanälen ohne Produktplatzierung auch ist, das halt über euren finanziellen Support hinzukriegen. Und dafür werde ich in Zukunft öfter darauf hinweisen und versuchen, euch einen kleinen Anreiz zu bieten. Zuwendungen über 20 Euro werden zukünftig auch im Abspann des nächsten Videos erwähnt. Finde ich eigentlich irgendwie total schön. Also würde ich eh gerne machen. Also ich brauche euren Support. Ansonsten geht es wirklich nicht mehr weiter mit dem Kanal und ich kann die Last alleine einfach nicht mehr tragen. Es ist wirklich zu viel geworden. Ich brauche einfach Hilfe, sonst ist das nicht mehr drin. Nochmal ganz kurz zum Abschluss die Frage, sind andere Kanäle deswegen jetzt eigentlich irgendwie unehrlich? Und das würde ich nicht sagen, denn auch wenn die Produktplatzierung machen, das, was ich hier mache, ist ja meine persönliche Entscheidung. Dieser Kanal hier und auch die ganze Graswurzelbewegung, die daraus entstanden ist, das ist schon was Besonderes, glaube ich. Also ich glaube, das haben wenig Kanäle so in dieser großen und starken Form, die wir jetzt hier haben. Wir sind in Kontakt mit der Politik. Wir bewirken Dinge, konstruktive Dinge. Ist das kein scheiß Gemecker? Dann das ist halt wirklich eine schlagfertige Community, die aus echten Makern besteht. Und ich kann und werde nicht riskieren, hier meine Unabhängigkeit aufzugeben. Im Zweifel geht es dann halt gar nicht. Andere Kanäle haben natürlich andere Topics. Und vielleicht auch nicht diesen super hohen Anspruch, den ich jetzt hier irgendwie an den Start bringe, informieren. Aber dennoch super und testen auch Dinge toll und so weiter, was auch immer sie machen. Da kann es durchaus sinnvoll und deutlich unproblematischer sein, alle Geldquellen anzuzapfen. Möglicherweise sind für die sogar andere Quellen eher problematisch. Das kann man nicht verallgemeinern. Jeder Kanal ist hier anders. Also bitte fängt jetzt nicht an und sagt den anderen, ihr seid alle scheiße. Das ist nicht wahr. Das ist wirklich bei jedem ganz, ganz, ganz anders. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Insights waren für euch nochmal spannend. Und ich hoffe wirklich, dass es funktioniert. Aber falls nicht, alles ist vergänglich. So wie dieser Kanal auch. Und dann soll das halt nicht sein. Also macht's gut. Ciao. Ciao.